Moin Mario hier, willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft und weiter geht es wieder mit der Soleil Royale von D'Agostini und zwar mit Bauphase 72. Da gucken wir gleich mal rein, was wir für die Bauphase 72 bekommen. Und zwar gibt es wieder Leisten für die Zweifelplankung, da brauchen wir ja noch einige. Dann 2 x 2 mm Leisten. Ich muss mal die Hilfe holen und zwar sind das dann nochmal 1 x 4 mm Leisten und dann eben hier 2 x 4 mm Leisten. Auch hier wieder zu sehen verschiedene Farbtöne, wie das Holz entwächst. So, was machen wir heute? Heute geht es weiter mit der Zweifelplankung und zwar geht es hier außen weiter. Das heißt, wir werden davon einige anbauen. Und zwar benutze ich dafür diesen Kraftkleber und zwar Lösemittelfreien, weil sonst kriegt man das ja im Kopf, wenn man zu viel Lösungsmittel zu sich nimmt. So, ich habe das gestern schon einmal ausprobiert, ob der auch hält und weil die Bauanleitung gibt ja vor mit Backboard anzufangen. Deswegen habe ich das schon einmal auf der Steuerboardseite gemacht, wie ihr hier sehen könnt, damit ich mir sicher bin, dass das auch funktioniert. Ich will ja hier keinen totalen Quatsch zeigen und wie ihr seht, das hält. Ich habe das auch schon, wie gesagt, nach dem Ankleben habe ich dann auch noch einmal rüber geschliffen. Deswegen sieht das schon so ein bisschen heller aus, das Ganze. Aber da erhoffe ich mir, dass es nachher noch dunkler wird, wenn das Ganze nachher mit Matten-Klarlack alles eingestrichen wird. Also, das heißt, genauso wie das hier jetzt auf der Steuerbordseite aussieht, kommen die Leisten jetzt auf der Backbordseite ran für die Bauphase 72. Backbordseite rausge�� Ja, nachdem die Steuerbordseite schon vorher fertig war, ist dann nun die Backbordseite auch fertig. Die Überstände, die entstanden sind, habe ich alle gekürzt und auch geschliffen. Hier kann man vorne schön sehen. Jetzt hat die Zweitbeplankung erst richtig begonnen. Auf die Außenhaut mit den gekrömmten Flächen ist es schon ein bisschen schwieriger. Wichtig ist, dass man den, also so mache ich das eigentlich immer, dass man den Kraftkleber auf beiden Seiten aufträgt, das heißt auf den Rumpf und auch auf die Leisten. Dann das Ganze antrocknen lassen und dann lässt sich das eigentlich ganz gut verarbeiten. Nur, man muss natürlich schön aufpassen, dass man gleich die Leisten eng zusammenlegt, weil nachher nochmal abmachen wird schwierig, dann geht es meistens kaputt. Aber selbst wenn das passiert, in diesen Bausätzen werden immer genügend Leisten geliefert. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, nun sind wir auch schon wieder am Ende. Das war es dann mit der Bauphase 72. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt nur noch zu sagen Tschüss, macht's gut, Ahoi und kick mal wieder in.